Der Einsatz moderner Automatikgetriebe und automatisierter Schaltgetriebe nimmt immer mehr zu. Mit steigender Komplexität der Getriebesteuerung verändern sich jedoch auch die Leistungsanforderungen des Getriebes. Dies macht sich an der enormen thermischen und mechanischen Belastung des Automatikgetriebeöls bemerkbar. Die Folge mehr Verschleiß und somit erhöhter Wartungsbedarf. Um kostspielige Reparaturen aufgrund von Schmutz und Metallabrieb zu vermeiden, empfehlen wir das Automatikgetriebeöl rechtzeitig zu tauschen. Mit Geartronic von Liqui Moly können Sie Spülung, Getriebeölwechsel und die Zugabe von Additiven einfach, schnell und sicher durchführen. Das vollautomatisierte System für den kompletten Getriebeöl-Service bei Automatikgetrieben führt Sie Schritt für Schritt durch jeden Wartungsprozess. Nach Abschluss der Anwendung können Sie Ihren Kunden dank integriertem Drucker die durchgeführten Wartungsarbeiten dokumentieren. Gehen Sie beim Service mit Geartronic wie folgt vor. Schließen Sie das Gerät an eine Stromquelle und schalten Sie es am Hauptschalter ein. Wählen Sie über die Pfeiltaste Datenbank aus. Wählen Sie unter Neue Auswahl den Fahrzeughersteller, das Fahrzeugmodell, das Baujahr und die Motorisierung aus. Danach erhalten Sie Informationen über das von Liqui Moly empfohlene Automatikgetriebeöl und die Gesamtfüllmenge des Automatikgetriebes. Benötigen Sie weitere Details zum Automatikgetriebe, wählen Sie Info. Zum Bestätigen der Auswahl wählen Sie Verwenden. Die Fahrzeugdaten mit entsprechender Gesamtfüllmenge und dem empfohlenen Automatikgetriebeöl werden übernommen. Wählen Sie nun unter Extra ATF die Mehrmenge an Automatikgetriebeöl aus, die Sie zum Spülen verwenden möchten. Bei Wandler Automatikgetrieben empfehlen wir 3 bis 4 Liter, bei CVT und DSG-Getrieben 2 bis 3 Liter zusätzlich zur Gesamtgetriebeölmenge. Im Menüpunkt Mindesttemperatur können Sie die herstellerabhängige Temperaturvorgabe treffen, ab der das Gerät den Prozess startet. Dies ist wichtig, wenn das Fahrzeug mit einem Thermostat ausgestattet ist, um damit eine vorzeitige Spülung bei geschlossenem Thermostat zu umgehen. Wählen Sie dann unter Reinigermenge die gewünschte Zugabe des Liqui Moly Proline Automatikgetriebereinigers aus. Geben Sie anschließend unter Reinigungszeit die Dauer der Reinigung ein. Hier empfehlen wir zwischen 10 und 15 Minuten. Wählen Sie unter Pflegeadditiv die Menge des Liqui Moly ATF-Additivs aus. Sollte ein Ölfilter in der Ölwanne verbaut sein, wählen Sie unter Ölwanne entfernen per Pfeiltaste Ja. Sind alle Eingaben korrekt, bestätigen Sie mit Enter, um den Prozess zu starten. Folgen Sie nun den weiteren Vorgaben des Displays. Schließen Sie jetzt nach Vorgabe des Displays Schlauch 1 und Schlauch 2 am Fahrzeug an. Hierbei unterstützt Sie die Geartronic Datenbank im Login-Bereich my Liqui Moly auf liquimoly.biz mit verschiedenen Anschlussbeispielen. Entnehmen Sie während des Anschlusses der Adapterschläuche zuerst eine Altölprobe. Das von Liqui Moly speziell entwickelte Rückstellmuster-Set für Automatikgetriebeölwechsel gibt Ihnen im Falle einer Reklamation Sicherheit und erspart Ihren Kunden unter Umständen teure Reparaturen durch Getriebeschaden. Das Set besteht aus zwei Fläschchen für die Alt- und Frischölproben, einem Schnelltest zur Prüfung des Automatikgetriebeöls, sowie zwei Etiketten für die Einlagerung des Rückstellmusters. Geben Sie nach der Entnahme der Altölprobe einen Tropfen davon auf das Testblatt, um Verschmutzungsgrad sowie einen eventuell vorhandenen Wasser- und Glykolgehalt festzustellen. Bereits nach kurzer Zeit erkennen Sie, ob und wie stark das Automatikgetriebeöl verschmutzt ist. Um das Rückstellmuster zu kompletieren, füllen Sie in Flasche Nummer 2 eine Probe des beim Automatikgetriebeölwechsel verwendeten Frischöls ab. Damit Sie im Fall einer Reklamation nicht in die Verantwortung gezogen werden können, empfehlen wir, das Blauetikett für die Altölprobe vom Kunden unterschreiben zu lassen. Sobald das Geartronic mit dem Fahrzeug vollständig verbunden ist, starten Sie den Motor. Im Anschluss führt Sie das Display durch den kompletten Prozess. Zuerst führt das Geartronic das Reinigungsadditiv automatisch dem Ölkreislauf zu. Nach Bestätigung mit Enter beginnt der Reinigungsprozess. Schalten Sie währenddessen alle Gangstufen des Automatikgetriebes mehrmals durch. Nach abgeschlossener Reinigung ertönt ein Signalton. Wenn Sie die Zugabe des Liqui Moly ATF-Additivs ausgewählt haben, tauschen Sie nun den Automatikgetriebereinigerbehälter mit dem zuvor befüllten Additivbehälter. Bestätigen Sie danach mit Enter. Jetzt beginnt die Entleerung der Getriebeölwanne, um anschließend den Getriebeölfilter wechseln zu können. Nach abgeschlossener Absaugung ertönt ein Signalton. Schalten Sie daraufhin den Motor aus und bestätigen Sie mit Enter. Ersetzen Sie nun nach Fahrzeugherstellervorgabe den Getriebeölfilter. Entleeren Sie die restliche Altölmenge der Getriebeölwanne in die dafür vorgesehene Altöleinfüllvorrichtung auf der Oberseite des Geartronic. Reinigen Sie danach die Getriebeschalteinheit und Getriebeölwanne mit dem Liqui Moly Proline Getriebegehäuse-Innenreiniger. Montieren Sie alle Bauteile in umgekehrter Reihenfolge und bestätigen Sie den Abschluss der Arbeiten mit Enter. Nun berechnet das Geartronic die zuvor entnommene Altölmenge. Bestätigen Sie daraufhin mit Enter. Jetzt wird die Ölwanne mit Frischöl befüllt. Starten Sie anschließend erneut den Motor. Jetzt erfolgt der Getriebespielvorgang. Nach Abschluss des Vorgangs können Sie das Ergebnis anhand der Schaugläser überprüfen. Sollte dies nicht ausreichen, spülen Sie nochmals eine von Ihnen bestimmte Ölmenge. Falls zuvor ausgewählt, fügt Geartronic nach Ende des Spülvorgangs automatisch das Liqui Moly ATF-Additiv hinzu. Anschließend erfolgt die Ölfüllstandkontrolle nach Herstellervorgabe. Hierbei richten Sie sich nach der Temperaturanzeige im Display. Muss der Füllstand korrigiert werden, wählen Sie im Menü Frischöl befüllen oder abpumpen. Wenn der Ölstand korrekt ist, schließen Sie den Vorgang mit Escape ab. Zum Abschluss werden Ihnen auf dem Display noch einmal alle Parameter angezeigt, welche Sie nach Eingabe der Fahrzeugdaten ausdrucken können. Bestätigen Sie dazu mit Enter. Der Automatikmodus ist nun abgeschlossen. Trennen Sie alle zuvor angebrachten Leitungen, bringen Sie das Fahrzeug wieder in seinen ursprünglichen Zustand zurück und führen Sie eine abschließende Dichtheitskontrolle und Probefahrt durch. Wenn Sie keine Möglichkeit haben, das Geartronic in den Kühlerkreislauf einzubinden, können Sie den Getriebeölwechsel über das Getriebeöl-Messstabrohr durchführen. Wählen Sie hierzu den Messstabmodus und danach Messstabautomatik. Geben Sie anschließend alle Werte und Schritte an, die Sie durchführen möchten. Zum Beispiel Gesamtfüllmenge, zusätzliche Automatikgetriebeölmenge, Öltyp, Mindesttemperatur, Liqui-Moli-ATF-Additiv oder Ölwannen entfernen, ja, nein. Bei Wandler-Automatikgetrieben empfehlen wir 3 bis 4 Liter, bei CVT- und DSG-Getrieben 2 bis 3 Liter zusätzlich zur Gesamtgetriebeölmenge. Füllen Sie nun den Liqui-Moli-Automatikgetriebereiniger nach Dosierungsvorgabe direkt über das Führungsrohr des Ölmessstabs in das Getriebe. Starten Sie anschließend den Motor und schalten Sie 10 Minuten lang alle Gänge mehrmals durch. Stellen Sie danach den Wählhebel auf Parkmodus und schalten Sie den Motor wieder aus. Bestätigen Sie nun Ihre zuvor eingegebenen Daten mit Enter und folgen Sie den weiteren Anweisungen im Display. Verbinden Sie den Dipstick-Adapter mit Schlauch 1 und führen Sie diesen in das Führungsrohr des Ölmessstabs ein. Bestätigen Sie dann mit Enter. Falls Sie bei Getriebeölfilterwechsel Ja ausgewählt haben, wird nun die Getriebeölwanne entleert und das Altöl abgepumpt. Nach Beendigung des Vorgangs ertönt ein Signalton. Schalten Sie daraufhin den Motor aus. Ersetzen Sie nun nach Fahrzeugherstellervorgabe den Getriebeölfilter. Entleeren Sie die restliche Altölmenge der Getriebeölwanne in die dafür vorgesehene Altöleinfüllvorrichtung auf der Oberseite des Geartronic. Reinigen Sie danach die Getriebeschalteinheit und Getriebeölwanne mit dem Liqui Moly ProLine Getriebegehäuse Innenreiniger. Montieren Sie alle Bauteile in umgekehrter Reihenfolge und bestätigen Sie den Abschluss der Arbeiten mit Enter. Nun berechnet das Geartronic die zuvor entnommene Altölmenge. Bestätigen Sie daraufhin mit Enter. Die Ölwanne wird jetzt mit Frischöl befüllt. Folgen Sie weiter den Anweisungen im Display. Jetzt erfolgt der Getriebeölaustausch. Falls zuvor ausgewählt, fügt Geartronic nach Ende des Getriebeölaustausches automatisch das Liqui Moly ATF-Additiv hinzu. Anschließend folgt die Ölfüllstandskontrolle nach Herstellervorgabe. Muss der Füllstand korrigiert werden, wählen Sie im Menü Frischöl befüllen oder abpumpen. Wenn der Ölstand korrekt ist, schließen Sie den Vorgang mit Escape ab. Zum Abschluss werden Ihnen auf dem Display noch einmal alle Parameter angezeigt, welche Sie nach Eingabe der Fahrzeugdaten ausdrucken können. Bestätigen Sie dazu mit Enter. Der Messstabmodus ist nun abgeschlossen. Wenn Sie bei der Anwendung des Geartronic keinen Getriebeölfilter wechseln möchten, wählen Sie den Schnellservice. Geben Sie anschließend alle Werte und Schritte an, die Sie durchführen möchten. Zum Beispiel Gesamtspülmenge, Öltyp, Mindesttemperatur, Reinigermenge und Reinigungszeit. Als Getriebeölspülmenge empfehlen wir bei Wandlerautomatikgetrieben 3 bis 4 Liter, bei CVT- und DSG-Getrieben 2 bis 3 Liter zusätzlich zur Gesamtgetriebeölmenge. Bestätigen Sie Ihre Eingaben mit Enter. Folgen Sie den weiteren Anweisungen im Display. Sobald Sie die Arbeitsschritte abgeschlossen haben, bestätigen Sie mit Enter. Schließen Sie jetzt nach Vorgabe des Displays Schlauch 1 und Schlauch 2 am Fahrzeug an. Hierbei unterstützt Sie die Geartronic Datenbank. Im Anschluss führt Sie das Menü durch den kompletten Prozess. Nun wird das Reinigungsadditiv dem Ölkreislauf zugegeben. Folgen Sie weiter der Anweisung des Geartronic. Der Reinigungsprozess beginnt. Schalten Sie währenddessen 10 Minuten lang alle Gänge mehrmals durch und stellen Sie danach den Wählhebel auf Parkmodus. Nach abgeschlossener Reinigung ertönt ein Signalton. Drücken Sie daraufhin auf Enter. Jetzt erfolgt der Getriebespülvorgang. Nach Abschluss des Vorgangs können Sie das Ergebnis anhand der Schaugläser überprüfen. Sollte dies nicht ausreichend sein, spülen Sie nochmals eine von Ihnen bestimmte Ölmenge. Anschließend folgt die Ölfüllstandskontrolle nach Herstellervorgabe. Hierbei richten Sie sich nach der Temperaturanzeige im Display. Muss der Füllstand korrigiert werden, wählen Sie im Menü Frischöl, Befüllen oder abpunkten. Wenn der Ölstand korrekt ist, schließen Sie den Vorgang mit Escape ab. Zum Abschluss werden Ihnen auf dem Display noch einmal alle Parameter angezeigt, welche Sie nach Eingabe der Fahrzeugdaten ausdrucken können. Bestätigen Sie dazu mit Enter. Der Schnellservice ist nun abgeschlossen. Um den Altöltank des Geartronic zu entleeren, gehen Sie wie folgt vor. Wählen Sie im Menü Altöltank entleeren. Bestätigen Sie mit Enter die zu entleerende Altölmenge. Folgen Sie den weiteren Anweisungen im Display. Nehmen Sie nun den Schlauch 3 an der rechten Seite des Geartronic und halten Sie diesen in den Altölsammelbehälter. Bestätigen Sie dann mit Enter. Sobald die Entleerung abgeschlossen ist, zeigt Ihnen das Display die abgepumpte Altölmenge an. Bestätigen Sie erneut mit Enter. Mit dem integrierten Drucker können Sie abschließend einen Bericht über die abgepumpte Ölmenge ausdrucken. Die Entleerung des Altöltanks ist damit abgeschlossen. Um den Neuöltank des Geartronic zu entleeren, gehen Sie wie folgt vor. Wählen Sie im Menü Neuöltank leeren. Bestätigen Sie mit Enter die zu entleerende Neuölmenge. Folgen Sie den weiteren Anweisungen im Display. Nehmen Sie nun den Schlauch 1 an der rechten Seite des Geartronic und verbinden Sie ihn mit einem Adapterschlauch sowie einem Universalschlauch aus dem Standardsatz 01. Halten Sie diesen in das zuvor verwendete Ölgebinde und bestätigen Sie dann mit Enter. Sobald die Entleerung abgeschlossen ist, zeigt Ihnen das Display die abgepumpte Neuölmenge an. Bestätigen Sie erneut mit Enter. Mit dem integrierten Drucker können Sie abschließend einen Bericht über die abgepumpte Ölmenge ausdrucken. Die Entleerung des Neuöltanks ist damit abgeschlossen. Untertitelung des Neuöltanks